Sehr geehrte Mitglieder des Wirtschaftsbeirats Bayern, das Jahr 2022 wird sicherlich in die Geschichtsbücher eingehen. Der Krieg in der Ukraine, zunehmende geopolitische Verschiebungen und ein neues chinesisches Zeitalter haben begonnen, unser Weltwertesystem grundlegend zu verschieben, mit allen Auswirkungen auf Rohstoffe und Lieferketten, auf Energie und die Sicherheitsversorgung. Vor einem Jahr haben die Regierungsparteien im Koalitionsvertrag ambitionierte Ziele zu ihrer Forschungs- und Innovationspolitik formuliert. Heute, über ein Jahr später, tritt eine deutliche Ernüchterung ein. Erlauben Sie mir als Vorsitzender des Ausschusses für Bildung und Wissenschaft ein paar Worte zum Bericht 2023 der Expertenkommission Forschung und Innovation an Sie zu richten. Die EFI betont in ihrem Bericht einmal mehr die Schlüsselrolle von Forschung und Innovation für das Gelingen der großen Transformationen. Die Energiewende, zukünftige Mobilitäts- und Gesundheitsversorgung und die Dekatualisierung von Wirtschaft, öffentlicher Verwaltung und Gesellschaft. Die Bundesregierung investiert enorme Summen in Forschung und Innovation. Doch erfolgsentscheidend würde sein, ob es der Bundesregierung gelingen wird, ein agiles politisches Handeln zu ermöglichen. Also ob es gelingt, durch modernisierte Governance-Strukturen und durch adäquate Entscheidungsprozesse die Finanzkraft auch in Innovationskraft umzusetzen. Dazu muss das Silo-Denken innerhalb der Bundesregierung überwunden werden. Und die Zusammenarbeit zwischen den Ministerien muss massiv verbessert werden. So empfiehlt die EFI beispielsweise ressortübergreifende Mission-Teams. Längst überfällig, wie ich meine. Dazu müssen die beteiligten Ressorts über die Ebene der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre eingebunden werden. Und auch das Projektträgersystem muss reformiert werden. So sollten F&I-Programme missionsbezogen bei den jeweiligen Projektträgern gebündelt werden. Und die Fördermittelverwendung muss stärker ergebnisorientiert gesteuert werden und mit messbaren Transformationszielen hinterlegt werden. Hier können wir vom US-amerikanischen APA-System viel lernen. In diesem Kontext kommt innovativen Schlüsseltechnologien eine ganz entscheidende Rolle zu. Aber hier liegen wir im internationalen Vergleich zu selten vorn. Stattdessen sind wir Zuschauer der dynamischen Entwicklung im asiatischen Raum. Wenn wir den Anschluss nicht verlieren wollen, müssen wir unsere Kräfte bündeln. Wir brauchen starke Partnerschaften in Deutschland und Europa, mehr denn je zuvor. Aber wir müssen sie eben völlig neu denken. Sowohl beim Aufbau und der Weiterentwicklung von Kompetenzen und Technologien, aber vor allem auch beim Schaffen innovationsfreundlicher, regulativer und infrastruktureller Voraussetzungen. Dringend braucht es wirkungsvolle Anreize für die Unterstützung von F&I-Tätigkeiten in Unternehmen, für die Schaffung von Reallaboren und die Gründung innovativer Unternehmen. Demgegenüber steht ein Korsett an Überregulierung. Schier unendliche Verwaltungsabläufe bremsen Innovationsprozesse aus. Zu diesem Ergebnis kommt der EFI-Bericht einmal mehr. Deshalb läuft die finanzielle Unterstützung von F&I-Aktivitäten durch die Bundesregierung zu häufig ins Leere. Der Bund muss die Leitplanken verändern und neue Anreize schaffen, beispielsweise in der Datenökonomie und bei der öffentlichen Beschaffung. Auch alte Denkhürden müssen wir überwinden, wie zum Beispiel die strikte Trennung von militärischer und ziviler Forschung in Deutschland. Wir lassen dort ohne Not Innovationssynergien ungenutzt liegen. Auch die demografische Herausforderung ist ungelöst. Die Bevölkerung im Erwerbsalter wird weiter schumpfen. Damit wird die Fachkräftebasis weiter abnehmen und Wachstum und Innovation ausbremsen. Die EFI drängt deshalb darauf, die vorhandene Fachkräftebasis fit für die Veränderung der Zukunft zu machen. Durch verstärkte Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen. Mit dem TUM-Institut für Live- und Learning haben wir uns an der TU München hier an die Spitze gesetzt. Wir müssen aber auch älteren Beschäftigten die Option ermöglichen, auf eigenen Wunsch später in den Ruhestand zu gehen. Und vor allem müssen wir effektive ausländische Fachkräfte gewinnen. Jedes Jahr bilden wir in Deutschland Tausende an ausländischen Studierenden an unseren Universitäten exzellent aus. Und diese schicken wir dann wieder zurück nach Hause, wenn sie nicht innerhalb von drei Monaten nach ihrem Studium einen Arbeitsvertrag in Deutschland vorweisen können. Was für ein verschwenderischer Umgang mit Steuergeldern, mit Talenten, die unsere Wirtschaft so dringend braucht. Auch hier stehen geltende Regularien unserer Zukunft im Weg. Das Jahresgutachten der Expertenkommission Forschung und Innovation gibt zahlreiche Denkanstöße und gute Empfehlungen an die Bundesregierung. Nun muss das Handeln folgen. Das ist das Handeln folgen.